glück auf glück auf malzeit ja es geht mal um den herrn grammotzes die bildzeitung schreibt ja mal wieder gut ich bin halt angewiesen auf was ich bin nicht angewiesen auf die bildzeitung hier in columbus ohio es ist einfach relativ easy und schnell wie man so seine sachen kriegt seine information leider sind die auch ziemlich nervig manchmal aber auch doch treffend also gibt ja immer zwei seiten ich bin für den verbleib um das von anfang an zu sagen ich bin für den verbleib von demitius grammotzes und das hat auch einen grund denn der grund dafür ist dass schalke in in den letzten 30 40 jahren ja immer ein irgendwo so ein bisschen chaotisch war kann man sagen ja da macht aber und den vereinen auch aus aber auf der anderen seite muss man sagen dass das auf lange sicht nicht gut geht starke hände haben wir nicht mehr da jetzt haben wir allerdings dann doch ein team was zumindest mal ruhe und besonnenheit irgendwo auch ausstrahlt und ich meine auch die machen ihre arbeit gut abgesehen davon dass wir jetzt auf einem platz stehen der ach so schlimm ist also vorne vor einem halben jahr haben wir noch oder vor so ungefähr haben wir noch gedacht wir werden durchgereicht in der dritte liga und das und das passiert und alles ist schlimm und schalke wird sich auflösen und was also kranken also ein klammauk dann war dann wurde gesagt dass wir also den fünften platz in sichtweite haben wollen zum winter im augenblick sind auf dem fünften platz ja weil das letzte spiel eben mal verkackt wurde und davor vom dfb pokal nicht zu sprechen aber trotzdem sind wir noch absolut im soll ich fände es einfach falsch jetzt einen trainer rauszureißen mit dem die wirtschaft gut klarkommt und der auch nur so viel machen kann wie möglich ist es steht nicht er auf dem platz es stehen die spieler auf dem platz und wenn die kacke bauen dann hilft die beste taktische ansage vom trainer nichts ja wenn also jetzt hier der latzer den 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 ball und egal ja ich weiß muss sich vielleicht doch einspielen und bla 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 kommt jetzt mal ehrlich dazu profis ja da weiß man schon hat man den ball nicht kurz vorm tor oder kurz vor dem sechzehner in die richtung von drei darmstädter spieler spielt das ist dann schon klar oder sicher salazar hätte vielleicht von anfang an spielen sollen das weiß man hinterher immer besser man weiß aber auch nicht war was im training sind die laktat werte nicht ganz so hoch und vielleicht erreicht salazar das power gerade nur für für 30 minuten wissen wir ja nicht also von außen her kann man immer viele sachen viele viele ist es einfach solche dinge zu sagen die andere sache ist ja wer soll denn kommen also wer soll kommen ja und ist dann derjenige oder vielleicht auch die jähne so viel besser denn es ist immer noch der gleiche kader und der muss eben so eingespielt und 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 eingestellt sein dass es klappt gegen darmstadt meiner meinung nach hatte man versucht die generelle meinung vielleicht ich weiß nicht wo sie die her haben umzusetzen sagen wir müssen mehr pressing wir müssen mehr power und bla 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 das war gegen darmstadt aber eine dumme idee denn darmstadt vier glaube ich spiele ungeschlagen auch sehr torschuss freudig ausgerechnet da unsere abwehr wie sie sonst stand aufzugeben und alles so ein bisschen nach vorne zu rücken das war dann das war die falsche idee da ist aber nicht nur dimitrios grazis idee dann ist der stab der hat entscheidet er hält nur sein kopf hin was für mich wichtig ist dass er halt mit der mannschaft gut klarkommt und die mannschaft mit ihm gut klarkommt dass eine sehr gute kommunikation stattfindet und da muss man zeit geben das ist scheiße aber es ist so dafür dass schalke das durchgemacht hat noch vor ein paar wochen ja sind wir da auf einem sehr guten weg dass wir da jetzt jedes jede mannschaft in der zweiten liga weg ballern aber mal vergessen und dass die das aus dem mittelfeld nach dem nach einer erfolgreichen abwehr aus dem mittelfeld da noch nicht viel kommt ist komisch muss ich ehrlich auch zugeben ja dass da irgendwo also ich glaube die idee ist schon da ein starkes mittelfeld und dann über die flüge schnell rein auf der rolle bumstor klappt aber leider nicht immer vielleicht wird man sich im winter da noch mal umsehen um sich da noch im mittelfeld etwas zu verstärken oder doch noch mal ein bisschen mehr auf salazar setzen und eiden ja anstelle latzer und pausen zusammen spielen zu lassen das sind dann zwei rumsbirnen und ich meine sehr sehr positiv die dann gleichzeitig auf dem platz stehen und vielleicht haut das nicht hin ich weiß es ja auch nicht ich bin ja kein fußball pro ja gut bild zeitung schreibt dann da schalke im schlamassel 0 1 gegen in heidenheim 2 4 gegen darmstadt dazu der pokal aus bei drittligist 1860 münchen 0 1 mit drei pleiten in folge hat sich königsblau den guten eindruck der letzten wochen selbst zerschossen ist dabei auch noch aus den aufstiegsrängen gerutscht gut das passiert folge die kritik an trainer dimitrius gramotzes wächst bild analysiert welchen anteil der deutsch grieche am jüngsten negativ trend hat spielerische entwicklung schalkes offensive ist leicht ausrechenbar ja sind viele offensiven in bei 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 vielen mannschaften ist es leicht ausrechenbar klappt man plan a verlagerung nach außen flanken auf der rolle nicht hakt es bei plan b flach durch die mitte zu oft sieben von 22 treffern erzielte der potklub nach ruhe den bällen kamotzes muss die kreativkrise in den griff bekommen ja okay auf der einen seite schon aber auf der anderen seite müssen die spieler da auch ihren job machen sannas versucht das hin und wieder mal aus der zweiten reihe finde ich auch klasse aber wie gesagt ich bin ja eh ein fan von südamerikanischen spielern nicht weil sie so toll aussehen sondern es von dann einfach durch ihre spielart und durch durch ihre emotionen coaching gamotzes gibt zwar laute anweisungen ist aber tendenziell keiner der seine taktik während des spiels umstellt und mehr flexibilität flexibilität würde schalke gut tun das kann man auf der einen seite sagen richtig auf der anderen seite wir stehen immer noch auf wackeligen beinen und deswegen war ich aber auch kein großer fan davon die taktik großartig umzustellen oder die spielweise umzustellen gegen darmstadt und wir müssen uns halt in dieser aufstellung erst mal finden und wenn das richtig läuft dann kann man feintuning beginnen das läuft aber noch nicht richtig abwerk gut sturm gut in der mitte muss noch viel gearbeitet werden meiner meinung nach und ich spiele kein oder nur sehr selten fifa 22 und ich gucke mir auch jetzt nicht jedes spiel von irgendwelchen mannschaften weltweit an ich bin halt nur schalke die kabine steht nach bildinformationen fast komplett fast komplett hinter gamotzes ja wahrscheinlich alle nicht der coach tauscht sich oft mit den führungsspielern aus zum beispiel über die trainingszeiten das kommt gut an wie ja ich habe also was heißt das denn da finde ich jetzt schon ein bisschen seltsam meiner mauer nach sollte sich der coach mit allen spielern austauschen und nicht nur über trainingszeiten wenn man simon ist morgen 9 30 okay super danke für den austausch ein also wie gesagt ich stehe eher hinter grammontzes beziehungsweise hinter der idee ein trainer mal länger zu halten und das team länger machen zu lassen äh kadertiefe dafür dass gegen darmstadt erstmals alle top spieler zur verfügung standen war der auftritt extrem enttäuschend richtig ist aber auch brechen spieler wie latzer drechsler oder eidin wie im saisonverlauf weg gibt es kaum gleichwertige alternativ ausfälle machen ist grammontzes schwerer korrekt wir sind nicht in der position dass wir eben sagen können ja dann holen wir noch einsetzen dann auf der bank ja falls wir den brauchen muss aber gut sein und die kohle haben wir einfach nicht ähm fazit grammontzes kommt beim team gut an doch um den aufstieg wirklich zu schaffen muss schon in bremen eine deutliche steigerung her sonst hält auch das bekenntnis von sportdirektor ruven schröder der trainer steht nicht zur debatte äh ja sonst hält diese aussage nicht mehr lange sportvorstand peter knebel deutlich der auftritt gegen darmstadt war insgesamt enttäuschend also auch auch mal eben ähm jetzt bis auf individuelle fehler hier und da waren da einige sehr coole situationen da ja also ich kann kann mich erinnern dass ich und auch dass oder dass der chat und auch ich ähm da relativ begeistert waren in den ersten zehn minuten dann passiert mir einige dinge die waren natürlich kacke und dann als sannersang noch mal reinkam wurde es auch noch mal äh dampfig also da waren schon einige gute spielzüge dabei es war jetzt nicht so dass wir komplett versagt haben es war nur so dass die abwehr komplett auseinandergerissen war zumindest hatte ich den eindruck aber es war jetzt nicht so dass das komplette spiel kompletter müll war diese leistung reisten erst noch mal peter knebel diese leistung reicht nicht um in der zweiten bundesliga spiele zu gewinnen das muss allen klar sein wir haben jetzt zwei wochen zeit um uns bestmöglich auf ein schwieriges auswärtsspiel in bremen vorzubereiten diese zeit müssen wir sorgfältig nutzen um fehler abzustellen und frischen wind in unser spiel zu bekommen trainer trainer team und staff alle gemeinsam sind gefragt ja und auch die fans positives karma ich denke schon dass die auch so einige dinge lesen gerade instagram ja die sind ja alle an ihren telefonen da dauernd und wenn man immer nur diese diese diesen mist hört und diese ja weiß ich nicht das frisst sich auch irgendwie in einen rein deswegen bin ich da eher positiv und sach weiter kämpfen so mit dem trainer team und so weiter und früher oder später wird das auch was und die so jemand wie salazar der da sitzt und weint ja ja das ist das ist komisch dazu sagen aber mich freut es das zu sehen dass es leute gibt die so verbissen sind und so enttäuscht wenn es nicht hinhaut finde ich klasse passt auch gut zu starke gut also mittwoch also morgen sind wir 18 uhr 30 also du francesco von der schalker auf youtube königsblau tv also kesti youtube und ich sind ich bin mir gerade nicht sicher ob wir entweder bei francesco auf dem kanal sind oder bei kesti auf dem kanal ich meine der wert zurück aus der türkei oder also einfach mal drauf achten 20 uhr 30 morgen auf einem der beiden kanäle sprechen wir drei zusammen über über schalker themen gut dann sage ich mal danke euch fürs zuhören und wünsche euch einen tollen tag und kopf hoch ich habe eine nachricht bekommen super glück auf